jo freunde ich bin wieder da und heute mal eine runde mit meinem lieblings panzer den habe ich mir gegönnt das ding das sieht einfach so brutal aus den musste ich einfach haben wir drücken auch gleich mal ins gepäck den vk 7501 k und ihr werdet erwarten falls ihr mir schon öfter zugeschaut habt wie ich panzer zersäge meistens meine eigenen es wird wohl jetzt auch wieder so kommen aber ich würde es trotzdem versuchen und mit diesem teil habe ich auch schon das ein oder andere ziemlich coole gefecht gehabt je nachdem wo ich jetzt reingeworfen werde wenn sie mir jetzt natürlich zehn gegner geben dann gegen baum fahren nee machen wir natürlich nicht dann hat man einfach premium und dann geht es weiter so was haben wir denn achte only das sieht doch ganz geil aus da können wir vielleicht auch ganz gut was reißen also wenn wir uns nicht so doof anstellen wie immer ja ich weiß ich bin als gelegenheitsspieler nicht unbedingt ein toller bioteen wie auch immer man es ausdrücken möchte wie ein pickel am besten so guckt da steht doch noch mal in voller gänse ein wunderschönes modell und der macht auch einigermaßen alarm huch da habe ich schon die falsche tasche drückt geht ja schon prima los und natürlich weiß ich mal wieder nicht wohin also würde ich sagen einfach mit dem pult mit ich arbeite dran auch wenn ich nicht regelmäßig spiele ich werde immer weiter spielen und irgendwann werden wir auch mal diese in die bessere leistungsklasse kommen und vielleicht kapiere ich ja doch irgendwann mal wie es funktioniert was ever vk 100 01 p wk 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 sicher wir platzen wie die fliegen da wäre eine dicke schnauze haben bleiben wir einfach mal hier stehen kommen ein bisschen kaum noch ein bisschen so da werde ich mal dicke lippe riskieren da habe ich jetzt Scheiße. Fuck. Fuck. Achso, fünf. Schieb nicht mehr. Kette beschädigt. Damn it. Der ging nicht durch. Gleich guckt er da hinten um die Ecke. Du siehst du. Kriegt ihn so nicht. Der ging nicht durch. Ich gehe lieber Tetris spielen. Und bis dahin. Macht's gut. Und das ist nicht rechts. solved. Genau. Und da 파 entraibilities ist es so.